Und du bist dir ganz sicher? In der neunten Woche. Scheiße. Und das ist kein Scherz? Hab ich schon scheiße gesagt? Ja. Scheiße. Hast du mit ihm darüber gesprochen? Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Hey, was ist los da? Wir kommen gleich zu euch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.